Ein bewegtes Jahr geht zu Ende. Die Weihnachtszeit bietet Gelegenheit, Kraft zu schöpfen und mit frischem Schwung ins neue Jahr zu starten. Ich möchte mich für das vertrauensvolle Miteinander in diesem Jahr bedanken und freue mich auf das Kommende, indem wir wieder viel Neues auf die Beine stellen und sicherlich gut zusammenarbeiten. Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich von ganzem Herzen ein frohes Fest, alles Liebe und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018